Hallo und herzlich willkommen zurück nach einem kleinen Päuschen, nach einem kleinen unfreiwilligen Päuschen bei T to the double T. Bei T, T, T. Und wir sind alle Peach und wir sind alle geil und wir sind alle in dieser komischen Map, die irgendwie funktionieren soll. Wir wissen aber nicht wie, man kommt auf die Schlösser drauf, wir wissen nicht wie, man kommt hier in die Röhren ran, wir wissen nicht wie. Das wird eine mega interessante Runde. Die Blöcke sind ein bisschen zu hoch, um da drauf zu springen, das funktioniert nicht so ganz. So, und Pan ist Traitor? Nee, tatsächlich bin ich kein Traitor. Ja, Tobi, wie immer. Pan ist Traitor. Ja, ist klar. Oder Tobi, Pan oder Tobi, einer von bei. Ich bin jetzt voll dicke mit der Pan. Sag doch mal ehrlich, was hast du dir Pan gegeben, damit du immer Traitor sein darfst? Achso. Stimmt, Tobi, weil es so oft Traitor ist. Ich dachte, dein Körper irgendwie. Ja, du hast Geld? Ich hab Geld, ja. YouTube-Money regelt. Hä, wie? Wo hast denn das her? Ja, klar. So, ich dachte bei YouTube macht mir jetzt keine Kohle mehr. Die ganze Werbung ist ja runtergegangen. Nee, bei mir geht die hoch, weißt du? Ich bin einfach, einfach ganz the system, weißt du? Also, Curry, ich wollte uns mit Kleve treffen und da jetzt in der Innenstadt Musik machen. Achso, echt? Ja, klar. Jetzt haben die Leute übrigens irgendwie angefangen, Kleve-Wortspiele zu machen oder Wortwitze. Mit Kleve-Bädchen oder was? Nee. Ja, irgendwie, da hat einer auf Twitter geschrieben, irgendwas, was klebt, wie klebt der Curry irgendwas zusammen mit Kleve-Band. Das ist ja eine klevere Aussage. Oh Gott. Der Klevianer. Ja, das ist, ja. Ey, Curry. Ja. So, jetzt reicht's. Wir haben für Kleve geübt. Alle Pan klopft schon wieder hinter mir. Hast du mich geschossen, Pan? Nee, ich wollte hier gucken, ob das Ding hier kaputt geht. Ja, mein Schädel oder was? Wir haben übrigens auch neue Waffen und neue Maps, neue Skins haben wir. Wovon leider bei den anderen folgender Skin hier nicht lädt. Der Outlast-Doktor. Zeig dir doch nicht. Du Spoiler. Okay, ich habe ihn nicht von hinten gezeigt. Du Spoiler-Maus. Ich habe ihn nicht von hinten. Alla, 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 Curry, was du das? Tobi? Oh Gott. Tobi? Die Map ist zu offen. Scheiße. Tobi? 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 Gulp? Tudu, tudu, tudu. Wo ist der? Was warst du denn gerade? Lange Leitung. Wo ist der? Das gefällt mir nicht. Tobi? Ich glaube, Curry ist Traitor, weil da war plötzlich ein Bapp mit C4 dran. Ja, den habe ich auch gesehen. Deswegen war ich so schockiert eigentlich. So, Pan, bitte bring mich jetzt nicht um. Ich versuche was. Ja, wir müssen Tobis Leiche finden. Ah, ich weiß auch, wo ich suchen könnte. Ja. Also, wenn ich eine kleine Curry-Maus wäre, dann hätte ich so ein Jackpack im Arsch und würde hier durch die Gegend fliegen. Das wäre geil, ne? Also, wenn ich Traitor wäre, Tobi, wenn du Bock hast. Curry, wie ist denn die Hole unten? Er hätte ihn da vorne oder hier runter? Ja, ich würde gerne gucken. So, äh. Ah, Curry, geh weg. Curry, geh weg. Was denn? Ich trau dir nicht. Hä, warum? Also, den Tobi müssten wir ja eigentlich hier sehen. Ich habe den Tobi noch nicht gesehen. Ja, den Tobi müssten wir eigentlich finden. Ja, der ist in einem der Rohre. Hundertprozentig. Okay. Das ist zu perfekt. Warum bist du dir so sicher? Weil er hier nicht im Wasser ist. Ja, also du meinst eine grüne Rohre, ne? Ja, ja. Aber das hätten wir doch gesehen, wenn er mit dem Jetpack da reingeflogen wäre. Ich meine, du hast ihn getötet. Das glaube ich auch. Aber wie soll ich den denn da reinwerfen? Das geht doch. Du kannst ihn doch nach oben und dann da. Echt? Geht das so hoch? Ah. Ich weiß es nicht. Also, ich denke nicht, dass das so hoch geht. Fakt ist, wir bauen eine Leiche und die haben wir nicht. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch keinen schießen. Das ist ein bisschen blöd, ne? Tobi, sag doch mal was. Sprich doch mal mit uns, Tobi. Tobi, hm? Erik? Ja. Okay. Alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist echt mal... Das ist gefährlich, das kann explodieren, ne? Danke für den Hinweis, lieber Curry. Das war sehr zärtlich von dir. Ja, sehr zärtlich. Und das fällt mir erst jetzt ein, nachdem ich hier rumlaufe. Toll. Schade. Das ist komisch. Also, ich denke wirklich, der ist in eine Rohre. Leider können wir ja da nicht rein. Curry, warum hast du keine... Curry, 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 was hast du für eine kleine Waffe? Was ist das? Hä? Eine Pistole war das. Ja, warum solltest du mit einer Pistole hier rumlaufen? Nein. Warum soll ich mit einer Sniper hier rumlaufen? Okay. Nein, du hattest gerade... Warum hattest du gerade so eine... Ne. Was denn? Ich kann kein TTT mehr. Ich weiß nicht, wie... Warum ziehst du denn jetzt auf mich? Weil ich dich hart verdächtige. Bitte. Schicksalsmelodie. Bitte lass es sein, Pan. Bitte, Pan. Hör auf. Ich bin gar nicht mehr in seiner Nähe. Pan, hör auf, bitte. Pan, hey, Pan. Pan? Ja. Okay, gut. Ne. Ich dachte gerade, ich hätte was fliegen gesehen. Ich krieg schon... Aha. Boah, ich krieg hier auch schon... Okay, äh... Was denn? Der Tobinator ist auf jeden Fall hier gestorben. Was? Alter, kennst du dich auch mal auf mit deiner Schmieren-Komödie. Das ist so willig. Ich fühle mich fast schon beleidigt. Also, ich weiß... Oh, ich bin der Pöre. Und da ist er. Unfassbar. Wo ist er denn? Man sieht ihn kaum, aber er ist hier. Es ist der Curry. Es ist der Curry. Natürlich ist der Curry. Ich glaube, ich bin es nicht, Leute. Ne? Na, guck, wie du dich jetzt verstecken kannst. Hast du neue Beweise gefunden? Hahn? Ja. Okay. Ja, jetzt. Auf den Curry schießen. Der Curry hat fett auf mich geschossen. Ey, voll nicht. Der Curry hat fett auf mich geschossen. Ich schwöre auf alles. Ja, nein, er schießt ihn doch. Er ist definitiv Traitor. Ich habe eine Kack-Waffe. Diese Map hat hier irgendwie nur zwei, drei Waffen. Da kriegst du ja ja eine... Also, irgendwie fehlt hier noch die Mario-Musik im Hintergrund. Ja, das sag ich auch. Ja, ne? Weil hier ist vielleicht copyrighted. Und hier ist ja immer alles sehr genau. Hey, Pan. Hey, Pan. Curry. 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 Ja. Was ist denn los? Ja, warte. Curry. Curry. Aber ich dachte, für eine Schote. Aber ich dachte, für eine Schote. Was soll das sein? Wo ist denn hier Wurst? Hä? Also, der Skin ist echt komisch. Ich finde die Musik ja ziemlich geil. Ja. Ernsthaft? Oh, krass. Ich habe auf seine blonden Haare geschossen. Ich habe auf seine blonden Haare geschossen. Alter, Pan. Die Hitbox wird nicht größer durch den Skin. Oh. Aber ich weiß nicht, wo der Kopf ist. Komm, du Arschloch. Ja, sorry. Ich habe gerade so schön gesungen. Da wollte ich jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Ich hasse dich. Scheiße, ey. Boah, das ist hier echt. Das ist hier echt gefährlich. Leute zu töten. Hm, wieso? Aber wieso bist du nicht mit dem Jetpack in die Rohren rein? Ja, ich habe leider kein Geld mehr. Und ich dachte, echt, Tobis Leiche ist da. Da hätten wir echt nichts machen können. Ja, das ist voll geil. Hast du noch nie gesehen. Wer weiß, was da ist. Ja, und dann? Eikere. Ich muss euch doch trotzdem umbringen. Ja, nee, musst du nicht. Das ist ja dann eine freiwillige Wahl. Doch, doch. Das ist ja dann eine ethisch-moralische Entscheidung, ob jemanden töten ist oder nicht. Da muss ich auf jeden Fall jemanden töten. Tobi, weil wir tun. Wir machen jetzt eine Pädagogenrunde, TTT. Fang mich auf, Tobi. Warum hast du mich nicht aufgefangen? Ja, Entschuldigung. Hey, Tobi. Ich glaube, du hast da was Seltsames über deinen Kopf. Warte. Tobi, ich glaube, Tobi. Umrang. Bist du hier der eine da? Es wäre so cool, wenn man hier die Waffen raustunst. Was war das denn gerade? Der Tobi wird voll Curry runtergeschubst. Voller Blutlust. Ah, ba. Du schubst immer nur, Leute. Nee, du hast auch den kleinen Timmy geschubst. Nein, du hast mich in der Hülle gefangen. Ich dreh durch. Nee, hab ich nämlich nicht. Ich hab nämlich Videobeweise, dass da ein Skate auf dich geschossen hat. Videobeweise, Tobi. Da bist du ja aktueller als die Bundesliga, ey. Ja. Was ist denn, Bahn? Was macht ihr denn da? Tanzt ihr denn ein bisschen? Ich weiß nicht, wohin die Map ist so klein. Da geils zwei Blonden. Da bist du ein Traitor, bist du da was. Bahn. Bahn. Hä, warum rennen wir hinterher? Da ist ja der Bescheuert, aber... Bahn. 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 Hörst du weg, weil die Map so klein ist? Weil, was denn? Hier, Traitor, hm? Bist du in der Prinzessin, Bahn? Was geht denn? Das ist so dumm. Willst du ikognito angreifen? Ah! Oh. Toll, danke schön. Toll. Ich hab nichts gemacht. Hier, Blue Flake, Pan hat, äh, hat was gemacht. Äh, äh. 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 Was denn? Ich bin grad unter das Rohr gekrochen, das wollt ich gar nicht. Hä? Ja, aber erzähl, was denn da? Tobi ist doch da, Tobi ist doch da, alles gut. Danke. Blablabla. Hey. Äh, äh, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Curry, Curry, Curry. Ich hab genau gesehen, dass du grad da die Tobi-Leiche reingeworfen hast. Hä, der To- Siehst du, der spricht nicht mehr, der ist tot. Ich bin doch hier, hä, bist du besoffen, oder was? Der hört ja immer nicht zu. Guck mal, wie ruhig. Hä, das gibt's doch nicht. Soll ich mich den Ring erschießen jetzt. Der Curry, der Curry lebt wieder in seiner eigenen Welt. Ist der wieder Propaganda-Curry, oder was? Ja, na klar. Oh, Gläfen. Der Junge hat sich wieder da eingefahren, ey. NSDAP-Kleve, Alter, ganz groß hier. Ey. Toby, wo bist du denn? Weg, Curry. Pan? Ja. Ey, ey, der ist bestimmt mit dem Jetpack in die Röhre reingeprogen. Jetzt hab ich's aufgedeckt. Jetzt hab ich's aufgedeckt. Jetzt hab ich's aufgedeckt. Ja, geil, Curry. Du bist ein geiler Typ, ey. Wenn er da gleich rauskommt, dann danke mir. Hier, guck mal da, Curry, was ist los? Okay, da ist er. Ich muss ihn nicht schießen. Er schieß mich, komm. Tobi. Wirst du nicht brauchen? Ah. Mein Spiel hängt. Tobi. Oh, oh. Curry? Ah, ich lebe wieder. Ey, wer hat mich da angeschossen? Curry? 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 Der hat ne Shotgun in der Hand hat auf mich geschossen und jetzt sagt da nix mehr, der Pisser. Hä? Lebt der doch? Was ist mit dem heute wieder? Der ist doch schon... Ja, klar lebt der noch. Der läuft hier oben. Hä? Bist du besoffen, Junge? Ach, Curry, der alte Wurst. Was ist mit dem schon wieder los? Jetzt geht er unten ins Wasser rein und versteckt sich. Was für ein Pröbel, Alter. Der Junge. Ähm. Wer auch immer da... Pan? Wie bist du da hochgekommen? Hä? Ich hab den ultimativen Trick gefunden. Pan? Ja. Wo ist denn dein Jetpack? Ich hab kein Jetpack. Warum bist du da oben auf der Burg? Hä? Nein, der Shooter King! Der Shooter King, Erik, pass auf! So. Ups. Äh. Pan, was war das denn gerade? Ich wollte ganz viele Sachen geradeaus probieren, einfach. Und ich hab grad die Leiche von Curry gesucht, was soll das denn, Curry? Boah, die Pasen, ich hab den ultimativen Trick gefunden. See im Jetpack, was? Vor allem dann einfach vorne draufstellen, direkt. Hallo, hier bin ich. So. Okay, ich bin Traitor, ich würd gern mal in ein Rohr rein. Echt? Okay, ja, geh mal. Ja, das wär ganz cool. Soll ich den Eins anbieten? Los, flieg hoch. Ja, Deins ist noch größer als das hier, da komm ich ja gar nicht drauf. Was? Boah, und nicht grün. So. Oh, dafür ist es warm. Man, ich wär so dunkelblau. Was? Warm? Was? Warm? Keine Ahnung. Warm? 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 Was ist noch falsch mit euch, ey? Äh. Mit so einer roten pulsierenden Ader, die aussieht wie so eine Stromleitung. Äh. Was macht ihr da? Ey, Tobi. Ey, Tobi. Ah, der hat mich geschubst, ey! Hab ich gar nicht. Hallo. Stefan. Hi. Ich muss wieder den ultimativen Trick machen. Wie kommt man hier hoch? Erik? Ja, ich gucke nur. Und zieht's auf mich? Ich zieh auf alle. Ich guck grad, was... Er ist Traitor. Ey, Erik, was soll das? Stopp, stopp, stopp. Stopp, Erik, Erik. Was? Der Tobi hat den Tobi grad mit der Sniper abgeworfen. Abgeworfen? Oh nein. Achso, ich dachte, das ist der Pan, die mir wieder hinterherläuft gerade. Ich hab's doch gesehen. Komm, hör auf. Guck mal in diese scheiß Röhre. Nein, Pan, geh weg. Lass das. Ey, warum kommt die so stumm hier so angelaufen? Ey, Tobi. Gut, ihr läuft einfach durch. Hä? Hä? Ich bin immer noch in die scheiß Röhre, verdammt. Ja, ich auch. Bist du müde? Hast du grad gegeben? Ich bin nicht. Ich müsste aufstoßen, ich hab's versucht zu vertuschen. Kann mal jemand hier, kann mal jemand hier hinkommen? Ich hab ne Idee, wie wir in die Röhre kommen. Nein. Curry kommt zu dir. Ernsthaft. Ne, ne, ne. Ah, Curry. Bist du auch beim Nacktball? Äh. A la Curry, was war das denn mit der Babygun? Für ein verwichster Versuch unter Wasser. A la Curry. Wie dumm kann man denn sein? Oh mein Gott. Was war das denn? Bist du erstickt oder was? Hä? Mit der Tröne. Wie wir in die Leiche da treiben. Ich wollt grad wie so'n Engel, so'n Phönix aus der Asche einfach mit dem Jetpack aus dem Wasser rausfliegen. Ah, da Enten schießen. Scheiße. Ey, wie geil wäre das gewesen, wenn ich dich aus dem Wasser rausgeschossen hätte. Das wäre eigentlich total geil. Aber irgendwie fliegt das Baby nicht so weit unter Wasser. Das Baby ist unter Wasser echt, das sah echt so lächerlich aus. Hier. Hier. Spring drauf. Spring drauf. Und dann da hoch. Das ist ne gute Idee. Tobi, du bist wieder ein Schrotpimmel. Und? Ja, warte. Jetzt komm ich doch hier nicht mehr hoch, oder? Nö. Damit brauchen wir noch einen. Scheiße. Habt ihr einen Turm gebaut? Ja. Kannst du hier auf meinen Kopf springen? Okay. Ne, warte. Jemand müsste auf meinen Kopf springen. Jetzt hier, ne? Ja, jemand hier. Okay. Ja, und jetzt? Ja. Jetzt springen wir auf meinen Kopf. Jetzt springen wir mal nach oben. Dann wieder auf meinen Kopf und nochmal nach oben. Ach so. Ja, und jetzt? Oh. Jetzt müsste da Tobi nachher kommen. Ja, jetzt müsste da. Tobi. Kannst du mal mit dir hier hinkommen? Tobi, kannst du, kannst du hier kommen? Ach, Curry. Mach dir einen Human Centipi? Ja, ja, genau, genau, genau. Bin ich auch gern dabei. Komm, friss meine Scheiße, komm. Was? Hä? So, jetzt ab nach oben. Was? Was? Alla kurz. Nein. Ab in die Röhre, komm. Ach, du kommst ja gar nicht so weit von da. Nee, aber da kann man doch gar nicht springen. Auf den Pilz, oder? Auf den Pilz rüber. Kannst du auf den Pilz rüber, hier drüben? Auf den hier. Tobi, komm. Ab geht's, komm. Das hab ich geschafft. Auf den Pilz rüber von da zu springen, hab ich geschafft. Als ich mal ein Jetpack hatte. Ja, geil. Und jetzt? Aber hier von da aus kommt man da drüben nicht rein. Doch, dass das geht, mach das. Nur noch eine Höhe. Ja, sehr gut, sehr gut. Man kann hier aber nicht runterfallen. Das ist gut. Cool, wie der angeleuchtet wird. Ziehreiber! Oh, lol. Oh. Ähm. Pfff. Oh, ich war gar nicht mehr da. Ich hab vergessen, die auszulösen, Alter. Das war der beste Fall. Alter, Tobi. Alle Erwartungshauptfälle. Ach, da unten. Alter, Tobi. Sieht richtig geil aus da unten. Hä, aber wie kommt man denn dann da rein? Ich glaub, wir werden es nie erfahren. Runterspringen ist keine gute Idee. Aber es gibt wirklich so eine Höhle oder so, ne? Ja, ja, ja. Da ist eine Höhle drunter und du kommst durch beide Rohre rein oder raus. Ist ja komisch. Aber ich denke immer, dass das echt so ein Traitor-Ding ist mit Jetpack oder so. Weil du freckst ja, wenn du da runterfließt. Perfekt? Da stand irgendwie, es ist perfekt für Messerkämpfe. Oder muss denn noch einer da unten sein? Perfekt für was? Für Messerkämpfe da unten. Ach, Messerkämpfe. Ja, lass mal verabreden, unten in der Höhle zum Messerkampf. Du und die ist vor Spackgasse. Komm aber lebend an. Geil. Ah, Tobi, das war schön. Da hab ich jetzt gelacht, ne? Ah, da kann ich. Kann ich schon wieder nicht Traitor machen. Oh, Tobi, jetzt sei doch mal nicht traurig. Was will jetzt nicht folgen Traitor? Ja, ist echt so, ne? Ja, ehrlich. Das war krass. Also irgendwann muss ja auch mal gut sein dann, Tobi. Erik ist Traitor. Ja. Wenn er eine Waffe hat. Oh, shit. Er ist sehr verdächtig. Ja, ist klar. Mich würde mal interessieren, wo jetzt dann der Kopf ist. Der was? Auf dem Hals. Ich hab vorhin auf den Kopf geschossen von der Pan und der Skin ist einfach, glaub ich, zu groß. Ach so. Wahrscheinlich da, wo der Hals ist oder so. Nein, Karina. Was, was? Hat ein bisschen gedauert. Was denn? Nix. Was, Pa? Nein. Nein. Nicht ausprobieren. Was? Was denn? Hä? Was ist da los? Was ist da los? Wer war das? Wer denn da hinten geschossen? Ich bin der Shooter. Das ist der Tobi. Das ist der Tobi. Der geht wieder ab. Tobi? Ja. Tobi hat keine Waffe. Warum hat der keine Waffe? Weil der Traitor ist. Der braucht keine. Was ist denn hier hinten los? Ich würde wirklich gerne wissen, ob man bei den Rohren irgendwie drankommt. Ja, das wäre echt mal interessant. Die Map wirkt irgendwie, die wirkt irgendwie unfertig, die Map, ne? Da sollten noch Sachen fehlen. Wie zum Beispiel eine Leiter. Ah, Tobi. Was ist los? Ja, eine Leiter hätte man noch hin machen können und vielleicht, es wäre halt cool gewesen, wenn wir hier irgendwie drunter springen hätten müssen bei den Fragezeichen und da werden dann Waffen rausgekommen. Ja, das wäre voll geil. Bei der Zelda Map. Das wäre ganz cool. Äh. Was ist denn der Curry? 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 Er ist bestimmt unten jetzt. Curry tut mir so, als wäre er tot. Oh, Curry. Hey, Curry. Der Junge macht mich fertig. Der ist bestimmt... Der ist mit dem Jetpack da unten eingesprungen. 100 pro. Curry, bist du alive? Bist du alive? Machen wir so Quickbait-Exklusiv-Content bei sich, weißt du? Oh. Okay, Leiche suchen. Gibt keine Leiche. Nee, der muss noch leben. Nee, ihr wart ja grad zusammen, ne? Richtig. Okay, dann würde ich mal ein bisschen oben das Schloss im Blick behalten. Was? Wer war das? Hm, was? Was denn? Der hat was im Auge. Ah, ich? Achso, ich dachte es wäre Curry gewesen. Hm. Hm. Es fehlt echt die Musik hier irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlt es hier. Das wäre echt cool. Ja, das stimmt. Gericht? Alles Paaren, okay. Achso. Hauptsache wieder mich beschuldigen jetzt. Ja. Da oben sind wir nichts. Der ist unten 100 pro. Das wird ziemlich langweilig auf dem Channel von Curry gerade. Ach, hier meinst du in den Rohr? Okay. Ja, ja, ja. Es sei denn natürlich, er fliegt und sieht, was wir so machen. Oh, er ist oben. Er ist oben auf dem Dach. Hinter dir. Hinter dir. Ja, ja. Da oben ist er rechts gerade entlang gelaufen. Nicht ganz oben, sondern auf der zweiten Etage. Curry. Da waren wir. Da außen. Der Carsten, ey. Was macht der schon wieder? Der dreckige. Was macht der dreckige Carsten schon wieder? Curry. Curry, lass doch mal deine Sperenzchen immer. Kühe, Schweine. Curry, Wurst. Kühe, Schweine. Oh. A la Curry. Tobi. Was war das denn? Mal gucken, was er jetzt macht. 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 Hä? Du hast eine schöne Leiche da hinten platziert. Keiner findet die, ey. Toll. Oh Mann. Alter Tobi, hör doch mal auf mich zu schämen. Aber wir haben ja noch ein paar. Vor allem das Geile ist, dass der Skin auch so fett ist, so riesig. Jetzt siehst du einfach jedes kleine Zipfündchen da drüben. Das stimmt. Hä? Alter. Was denn? Manu. Ich hab Entzug, dich zu schämen. Du hast übrigens wieder, ich glaub, was? 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 Was, Meister? Ey Tobi. Tobi ist übrigens bei mir wieder ein schwarzer Mann. Echt? Bei mir nicht. Warte, warte, warte. Bei mir ist er ganz normal. Ah, jetzt ist er bei mir anders. Jetzt ist er bei mir Peach. Warte, 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 warte. Du musst halt immer zum Rundenbeginn ändern, ey. Ey, 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 ey. Warte, 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 warte. Achso, das muss ich sagen. Jetzt schieße ich auf dich. Komm. Ich erschieße dich. Junge. Du bist so ein hübsches Prinzesschen. Du kannst mich gar nicht erschießen. Okay, warte, 360. Wenn ich die treffe, krieg ich 100 Euro, okay? Okay. Treffer. Warte, okay. Warte, lass auf, mach mal. Okay, warte, 360. Warte, pass auf. Warte. Ah, verdammt. Aua. Alter, was war das? Ey, wer war das? Ey. Ey, der Grupp kam daher. Ich bin hier hinten gewesen. Ich laufe die ganze Zeit rum und gucke einfach, was passiert. Willst du mich verarschen? Du kamst da gerade aus der Richtung und hast keine Waffe an. Du warst das. Du warst das. Ich hab, ich... Du wollte dich keine Waffe an, aber bin ich dir schuldig, oder was? Der hat schon wieder eine fallen gelassen. Boah, ey. Und das war ich auch, oder was? Was ist denn hier los? Ich hab keine Granate. Äh. Äh. Was denn? Ähm. Was denn? Was denn? Was denn? Aua. Hat der Curry sie umgebracht, oder was? Ey, der Curry hat doch nicht geschossen. Der Curry ist es. Hä? Nein, ich bin es nicht. Stopp hier. Ich hab nur eine Crowbar. Ich hab nix. Hallo. Hey, du hast doch auf mich geschossen gerade. Ich hab nur noch die Hälfte am Leben. Ja, klar, weil du auf uns geschossen hast, Bahnen. Hey. Das hab ich selber schuldig. 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 Ah. Eric ist es. Eric ist es. Ja, ja. Ich sag, das ist mein Tipp. Das ist mein Tipp. Das ist mein Tipp. Das ist immer das gleiche mit dir, Curry. Doch, du bist es. Du bist auf Eric kommen. Wenn ich es wäre, würde ich ja mit dem Jetpack so schön durch die Gegend fliegen. Ja komm, mach, komm. Okay. Curry, du bist da. Tobi, was war das, ey? Ah. Curry. Curry. Hi Zoe, hä? Curry. Komm mal, Zoe. Aha, ist klar. Komm hier. Jetzt sind wir Curry. Aha. Wo ist ein Paar? Ach klar. Ja, ich guck noch. Eric ist es. Ja, ich bin's auf jeden Fall. Alter, Igitt. Ich tauche. Ich tauche. Wo ist ein Curry? Sorry, ich bin tot. Wo ist ein Curry? Er schießt den jetzt. Ey, ey. Nein, nein. Ah. Ah. Wie einfach ins Wasser da runter geht, weißt du? Ey, das war voll gefährlich, ja? Ich schieß dich nicht. Tobi, weißt du, wie gefährlich das war? Kommst du jetzt hinterher? Hä, wo bist du denn? Schade. Aua. Ah, okay. Hör auf mich. Nee, geh weg Tobi. Was ist das? Pran. Geh weg. Tobi, nein, 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 nein. Tobi, Tobi, Tobi. Du weißt, wie du da aussieht, wo du da drin schwimmst? Tobi, Tobi, Tobi. Setzt sieht aus wie Schlumpfpissen. Okay, Erik. Ich habe doch gesagt, du Drecksack. Du kleiner Drecksack. Wann wirst du? Ich glaube Curry ist es. Ah, verdammt. Ich hatte den Boomerang nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den Boomerang noch. Was habe ich dir gesagt? Verdammt. Warum schießt du denn auf mich dann vorhin? Ich habe es gesagt, ey. Der Curry stinkt einfach. Der Drecksack. Ich habe es genau gehört. Was hast du gehört? Was hast du gehört? Was hast du hier für eine Map? Wie ich mich verhalte? Wie ich mich verhalte? Ich bin ganz normal rumlaufen. Hast du das? Ja, ja, ja. Curry, ja, ja. Boah, ich muss das unbedingt Pokémon-Skins noch machen, ey. Ja, ich will Pikachu sein. Pikachu? Aber Pikachu? Willst du Pikachu sein? Grey Grey-Style. War das schön, ey. War das schön, ey. Alter, ich wäre so gern Team Rocket mit Tobi. Aber ich glaube, die Map ist nicht so... Die Mario-Map meinst du? Oder? Fall ich jetzt nicht so prickel. Man kann... Traitor ist ja auch nicht. Ja, sehr. Sehr schwer, ja. Ja, daran lag es. Das war der Fehler. Ich war aber nicht einmal Traitor. War doch ein Erfolg für euch, oder? Oh, das war aber traurig, Tobi. Ach so, was? Ich hätte sie gegönnt. Das kommt mir jetzt so vor, als wäre jede Runde Tobi-Traitor gewesen. Eine Traitor-Waffe gibt es ja noch, die wir noch zeigen müssen. Die mit den Pants. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Die kann man gut beim Teen-Room machen. Den Dragon Ball-Set. Oh, stimmt. Was? 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 Oh, oder was? Scheiße. Honda wins. Product placement. Oh, Entschuldigung. Für Honda, weißt du. Ja, äh, sind wir durch? Ja, wir sind durch. Ja, okay, ja. Wollte ich mal ganz was, ne? Ist übrigens schön, wieder hier zu sein, so. Cool. Boah. It's good to be back. I'll be back. Lass das das Psycho-Spielchen beginnen. I'll be back. Okay, nächste Folge, nächste Folge. Wir haben jetzt die... Nächste Folge wird auf jeden Fall besser. Das wird richtig geil. Was haben wir denn jetzt eigentlich für ne Map? Geile Map haben wir. Eine, von der ich nicht weiß, was es ist. Noch geiler. Alles klar, die zeigen wir uns nicht mehr. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.